Am Abend des 7. Juni 2016 hat es in Hamburg einen Tornado gegeben. Dabei wurden mehrere Gebäude zerstört und viele Bäume auch entwurzelt. In den folgenden Videos werdet ihr die Entstehung des Trichters sehen. Viel Spaß beim Zuschauen, wünsche euer Siddick Asius vom Süd-Smeralischen Fernsehen. Der kommt, ne? Ja, das war jeden ganz unten. Ja, fand ich auch. Guck mal, dieses schönes Dorf. Hi meine Süße. Hallo Diggi, warst du im Wasser? Schön geschwimmen? Ja. Und du brauchst grad von der Arbeit? Ja, also hält er dich frei, aber ich war krass. Sieht ja schön schick aus, ne? Ja. Da können wir sehen, sich gerade eine Windhose bildet. Da sagt er hier ein Tornado. Der Tornado wird genau hier Richtung dieses Haus ziehen. Man kann gut hier unten sehen, wie die Luft zirkuliert um ihn herum. In der Hochschrift vielleicht vier Minuten, fünf Minuten bin ich im Auge von dem Tornado. Ich kann den Rüssel schon direkt sehen. Und so wie er gekommen ist, ist er auch schon wieder verschwunden. So wie es你好 ist, ist er noch geholfen? Ja. So wie er sich täglich in der Mitte lauhe? Amen. 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 Amen.